Ja hallo Freunde des sonnigen Wandervergnügens. Heute bin ich in Großmugl. Das ist in der Nähe von Hollerbrunn, wie viele Ortschaften hier im Weinviertel. Heute ist eine sonnige und große Runde geplant, rauf nach Nursch und wieder zurück. Also meine Lieben, kommt mit, schaut euch das an und ein Like I like. Das ist in der Nähe von Hollerbrunn, wie viele Ortschaften hier in der Nähe von Hollerbrunn. Das ist 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 in der Nähe von Hollerbrunn, wie viele Ortschaften hier in der Nähe von Hollerbrunn. Das ist in der Nähe von Hollerbrunn. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.